Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Hier die Technik-News der Kalenderwoche 39, 2015. Neues in der Halbleiterfertigung. TSMC möchte vor Intel 10nm herausbringen. Die Massenproduktion soll nämlich Ende 2016 starten. Außerdem soll es besser laufen als bei TSMCs 20 und 16nm, wo es ja Probleme gab. Beim 10nm-Verfahren soll man eine 15% höhere Geschwindigkeit haben bei selbem Stromverbrauch als noch bei 16nm. Oder 35% weniger Energiebedarf bei gleicher Leistung. Bisher gibt es ja noch keine kaufbaren Produkten mit TSMCs 16nm-Verfahren. Das soll sich dann aber mit Nvidia Pascal ändern. TSMCs 10nm-Verfahren soll aber nur ein bisschen besser als Intels 14nm-Verfahren sein. Intels 10nm-Verfahren wird dann wieder klar TSMCs 10nm-Verfahren schlagen. Allerdings ist Intels 10nm-Verfahren frühestens 2017 geplant. Und dann kommen wir zum Hersteller Global Foundries, denn dieser möchte eigene 10- und 7nm-Verfahren entwickeln. Und das mit dem übernommenen Wissen von IBM. Global Foundries hat ja ihre beiden 14nm-Verfahren von Samsung lizenziert, sind also keine eigenen Techniken. 10nm und 7nm werden dann aber wieder eigene Verfahren sein. Mit diesen Verfahren könnte dann auch in ihrem Chipwerk in Dresden produziert werden. Außerdem hat Global Foundries zwei neue Kunden, einer davon ist Apple oder Samsung, wo Global Foundries entweder den Apple A9-Chip oder den Samsung Exynos 7240 produzieren wird. Außerdem lässt AMD höchstwahrscheinlich ihre Zen-Prozessoren auch bei Global Foundries produzieren und vielleicht auch die nächste Grafikkartengeneration. Der LTE-Nachfolger 5G startet erst 2020. Das gab jedenfalls Huawei bzw. Huawei bekannt. 5G soll eine viel höhere Kapazität, aber auch eine niedrigere Verzögerung bieten. Mit diesem Standard sollen Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich sein. Die niedrigere Latenz hilft vor allem für Steuerung in Echtzeit. Vor allem für die Industrie, wo man Maschinen via LTE steuert, ist das sehr nützlich. Außerdem soll 5G eine höhere Kapazität haben. Bis zu 100 Mal mehr Geräte soll man verknüpfen können. Allerdings soll 2015 noch ein Zwischenschritt kommen, der sich LTE Advanced nennt. Dabei werden mehrere LTE-Bänder miteinander gekoppelt und damit soll eine maximale Geschwindigkeit von 600 Mbit möglich sein. Die Telekom hat so eine Technik schon getestet und hat damit 375 Mbits erreicht. Vier derzeitige Smartphones würden dies sogar schon unterstützen und bräuchten nur ein Software-Update, um dies zu nutzen. Durch das Bündeln mehrerer Frequenzen erhält man auch alle Vorteile der Frequenzen. Bei einer niedrigeren Frequenz hat man zum Beispiel den Vorteil, dass sie eine größere Fläche abdeckt. Außerdem kann sie besser Häuser und so weiter durchdringen. Höhere Frequenzen bieten dagegen eine höhere Datenübertragungsrate. AMD soll scheinbar wieder Marktanteile gewinnen. Jedenfalls im Grafikkartenbereich. Das sagen jedenfalls die Marktforscher von MKM-Partners. Konkrete Zahlen gibt es zwar nicht, allerdings soll es so sein, dass AMD mehr verkauft als zuvor. Erkennen soll man das daran, dass es keine Preisminderung an den Grafikkarten gibt. Die letzten Zahlen sahen eher düsterer aus. Lediglich 18% Marktanteile hatte AMD. Diese Zahlen waren aber vor der Fury, Fury X und Nano. Das war's dann mit den Technik-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. REALLY